Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Adventure in Minecraft. Ich, ich meinte auf, ja, habe keine Ahnung, was ich machen soll, habe ein neues Texture Pack, und zwar ist das von Factor. Habe mir auch keine Themen beiseite gelegt, das heißt, wieder völlig unvorbereitet in die Aufnahme gegangen. Wer kennt es anders von mir? Nehme ich die Fackelmatch, die Diamanten, auch wenn ich den eigentlich gar nicht sammle. Wohin musste ich denn gleich nochmal? Ich muss irgendwas in den Häusern suchen. Äh, herrlich. Oh, Loch. Ne, Druckplatten. Oh, Bahnhof. Warte auf, Bahnhof. Jo. Wo musste ich denn gleich nochmal hin? Fehlt mir hier nicht Druckplatten? Ich meine, ja. Das bringt mir nichts, wieso immer da heiß ist. Gesprächsarm, mal wieder die Aufnahme. Ich sollte mir echt mal langsam Themen beiseite legen. Hab vergessen, dass ich aus dem Brunnen nicht mehr rauskomme. War ich hier schon? Ach Gott, die Aufnahmen sind noch nicht mehr so lange her. Ach ja, hier war ja der Gruppenkuschelraum. War ich hier oben schon? Ja, da ist der Kuchen. Irgendwo eine Kiste. Was soll ich großartig sagen? Auf jeden Fall irgendein Müll, weil... ...was anderes fällt mir doch sowieso nicht ein. Wohin denn? Da muss ich... ...meine ich rein. Weiß ich nicht. Ach, hier geht's auch rein. Nein, 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 nein! Nur heute. Frisches Brot. Fast umsonst. Für nur... Es ist umsonst. Cool. Bäcker Heinrich und Sch... ...Schmidt. ...Gibt's auch, die Variationen. Ist mir nur sehr ungeläufig. Brot, Diamant. Au. Ich glaub, die brauch ich dann noch. Mehr Brot. Wieso hab ich da so ein unglutes Gefühl? Kekse. Brot, Diamanten. Brot. Ja, heute ist alles umsonst. Lager aus Verkauf oder so. Hm. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist. Kohle nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, ob man es gebrauchen kann. Nichts, nichts, nichts. Muss ich mir selbst was craften, wenn ja, werde ich ein bisschen blöd. Lederrüstung, falls meine Goldrüstung kaputt geht. Schwerterrüstung, Werkzeuge. Schmied, Horst, Huf, Nagel. Chuck Norris, 1972 bis 2011. Todesursache unbekannt. Chuck Norris ist so cool. Der Tod fürchtet sich vor ihm. Oder so. Der Witz war, war schlecht erzählt. Naja. Minenarbeiter Gary, 1959 bis 2011. Todesursache geköpft. Das ist Clay, ne? Den darf ich kaputt machen. Schände ich dich mal, Chuck Norris. Wow, du hast nur ein Ei. Du tust mir irgendwie leid. Bist du an Eiferlust gestorben? Ne. Ja, ein Diamant. Na klar. Nimm ich die Blumen mit. Chuck Norris ist zu männlich im Blumen, um ein Grab zu haben. West Coast City Hotel. XXXX. Schönes Foyer. Rezeption. Kannst mich mal. Zimmer 1. Ne, Zimmer 1. Gut. Vielleicht sollte ich nicht nochmal einfach zum Bahnhof gehen. Zimmer 2. Da stand doch, glaube ich, irgendwas. Wenn ich mich nicht irre. Hier wird man aber zugeschmissen mit Futter. Futter. Ja, ich habe auch ein paar neue Lieder reingemacht in die Playlist. Wobei ich nicht weiß, ob die alle so in Ordnung sind. Zimmer Unbekannt. Anscheinend ist hier... Anscheinend ist hier... Denkt ihr euch was aus? Ein Herz. So. Mal so. Bücher. Ich brauche doch keine Bücher. Schallplatten. Ne. Ich habe hier so eine Musik im Hintergrund laufen. Noch einen Ofen. Noch einen Ofen. Aber habe ich, glaube ich, schon öfters mal erwähnt. Die Befall aufgebaut. Auch wenn mir diese eine Stelle mit der Explosion nicht ganz gefallen hat. Zimmer 3. Ein Holzschwert. Ein Holzschwert. Kohle. Sticks. Wie schnell das Inventar doch zum, halt. Geht's da hoch? Nö. Zimmer 4. Holz. Ja, ich habe so irgendwie das Gefühl, ich muss mir die selbst machen. Die Kuppplatte. Ich gehe ein bisschen noch mal zum Bahnhof, nicht, dass ich dann doch noch was falsch mache. Wo ging's raus? Yeah! Ich bin nicht nur ein Labyrinthentotal dumm, sondern auch hier in normalen Häusern. Was das gerade ist, kann ich auf Anhieb leider nicht sagen. Ich hoffe mal, dass es nicht zu laut ist. Ach, dann brüll ich einfach mal. Fleischerei Horst Schnitzel. Jamai. Guten Morgen, Horst. Nehme ich mal deine Stöcker mit. Und dein Fleisch und dein Eisen und... Nee, Papier nicht. Die Sonne geht unter. Herrlich hier. Schöne Landschaft und ich brüll einfach mal. Ich spreche sowieso allgemein zu leise, habe ich das Gefühl. Ach, wir laufen da mit Superspeed. Ich doch nicht. Lederfackel... Lederfackel... Äh... Mein Inventar ist voll. Also... Ja... Mit Items haben die nicht gegeizt. Leere Truhe... Leere Truhe... Danke! Ist da ein Pfeil drin? Jo. Ah, ich bin voll. Lass dich mal die Blumen hier. Nehme ich die Schere mit. Nehme ich das Leder mit. Den Ink-Sack. Dafür lasse ich das eine Ei von Chuck Norris hier. Würde es mir fehlen. Glaube ich. Also ich glaube, das Lied sollte ich nochmal rausnehmen. Das ist ja doch nicht so ganz passend. Zumindest nicht für allgemeine Adventure-Maps. Äh... Wo lang denn? Ach, ich wollte ja zum Bahnhof gehen. Da laufe ich doch einmal nochmal quer durch die Stadt. Wer bist denn du eigentlich? Irgendwer... Warst du das Hotel? Ach, keine Ahnung. Ich spiele, meine ich, noch auf Peaceful. Es sei denn, ich habe auf meiner eigenen Welt selbst... Äh, es sei denn, aber ich habe auf meiner eigenen Welt einmal nur geschaltet. Weiß ich gar nicht. Da... La la la... Okay, wir sollen nur Hinweise finden. Da steht nichts von wegen... Äh, da rein oder so. Aber da das einfach das größte Gebäude ist... Was soll's? Und da man mir zwei Stones gegeben hat, da ich mir drauf eine Pressure Plate oder eine Druckplatte... Das war dämlich. Ja, ich habe hier so noch im Nebengrund too many Items offen. Hier weg! Oh, hier weg! Oh, guck mal, Badrock. Da komme ich so nicht rein. Komme ich überhaupt wieder raus? Ja. Ich dachte schon. Leer. Kohle. Da mache ich mal too many Items aus. Wofür auch immer ich Ziegelstände bräuchte, lasse ich mal hier. X D Hm. Ein Kamin. X Strich. Äh. Äh. Damit kann ich leider nichts anfangen. Kann ich überhaupt... Sprachzentrum aus! Okay, ich bin in einer Bibliothek mit Betten und Diamanten. Bei der Menge an Diamanten, die die hier schon wieder verteilen, glaube ich, dass man am Ende 15 Stacks davon hat. So, das teile wie Inventar einfach mal voll. Ei, 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 wie viele das doch sind. Und bestimmt stört man nochmal am Ende. Ah. Ende. Ich drücke mal lieber keinen Schalter. Ich habe davor Angst. Da sind Eisentüren, ich glaube, wenn ich Schalter drücke, komme ich da hin. Näh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Halt's Maul. Bisschen dunkel hier. Bett. Legen wir uns einfach mal ein Pen, machen wir uns hier unseren Spawn, unseren neuen. Gute Morgen. Oh, da geht's hoch. Ausdach. Okay. Gehen wir einfach mal. Okay, mehr als schöne Aussicht ist hier nicht. Sehr schöne Aussicht. Eieiei. Muss ich da hin? Ich glaube, ja. Das ist also dieses kleine Städtchen. Nein. Ich will nicht runterfallen. Okay. Dann gehe ich mal einfach wieder runter. Oder gleite runter. Ich glaube, ich habe sowieso schon mehr... Ich sage immer, ich glaube. Ich glaube doch gar nicht. Ich bin... Na okay, ich bin jetzt kein direkter Atheist, aber... Schweinespawner. Aber ich bin nicht so der gläubige Mensch. Das muss ich doch schon mal zugeben. Bestimmt habe ich gerade... Ne, hier ist kein Schalter. Wo ist denn die Tür aufgegangen? Komm, lass uns da rein. Ja, mit mehr Entfersismus. Hey, lass uns reingehen! Wird sicher herrlich hier. Also alles schön aufgebaut. Groß aufgebaut. Es haben ja auch zwei Leute, die mitgemacht haben. Und ich eine Kuh. Ja, moin Kuh. Wohin geht's denn eigentlich? Was bringt mir da rum? Ist er nur zum Übernachten da? Ich weiß es nicht. Dann gehe ich mal... Nichts.